So, neuer Part Splatoon 2 Story Mode Wir schauen, dass wir, wie gesagt, hier heute weiterkommen Und die Nachrichten geben, was ich ganz wichtig finde, weil die für uns eher sehr interessant ist Eigentlich sind die ganz genau, ganz genau so sagen, für uns interessant So Ihr könnt übrigens, ich hab's gerade mal gesagt, ich sag's nochmal, ihr könnt gerne das Jotcom mitreden Denn ich hab den Bollsen wieder reingemacht Ich hab's gesagt, ich komme gleich, ich muss nur das Internet auf mein TV in Ordnung bringen Dann komme ich Discord So, das ist cool Weil ich, ich sag das jetzt mit Discord zu 8, weil ich angesagt hab, dass Discord, wenn ich eigentlich nicht auf ist Und ich bin offen, dann hat er nicht offen, aber er konnte in 1 Prachsenhalt reinkommen Ne, das ist ein bisschen umständlich, aber es ist so Jetzt wischte ich mir Zeit So, übrigens heute ist das alles noch was Nupfter und erkälteter Klinge wie sonst, aber Irgendwie hat mich das Dumpf in der Zeit besucht Und Es ist einfach nur, dass ich nicht wirklich erkältet werde, weil Das wäre Richtig ätzend irgendwie Wenn ich mir jetzt zu Gamescom noch Aktiv erkältet Oder was wirklich, dass ich hier ganz tolle Tassentüse habe So Ich frage mich, falls mir heute auch oft, dass ich die Nase putzen muss Ist, ja So ein Zit passiert So Also, was sagt hier Barida Weißt du, du erinnerst mich an Nummer 3 Wenn Nummer 3 zwei Jahre älter wäre Die Kutterfiskaliote könnte auch eine Renovierung vertragen Ziele von Gegner zerpressen irgendwann, wenn sie nur oft genug triffst Was du auch bei Revierkämpfen mit Nummer 4 Wir schaffen das Nummer 4 In Kobolis bekommen all seine Energie von den Elektrowelsen Du kannst wenigstens Hohen wechseln, indem du X drückst Und dann auf der Karte ein Ziel auswählen Hm, ich hätte jetzt gern so ein leckeres Stück Pizza oder Ananas Wer hätte gedacht, dass Nummer 4 so ein Redebedürfnis hat Moment mal Nummer 4 Die Kammer Karl Amare Sensor Kiste Ah ja Redenbedürfnis hat Moment mal Äh Sorry So Halt, die war einmal nur ein Ton ausstellen So Und ich brauche nur ein Lifeset So Ich habe mir gesagt ein Lifeset hingemacht Oh, das Binde ist auf einmal hier gelb Interessant Ich kann das rosa nicht wegpumpeln So Und ja gut Das war das Level Nummer 1 Ne, das war Level 1, oder? What the fuck? Das war Level 1, eh? Ich habe jetzt wieder vergessen, wo es hinging Cool, ne? Äh, wo, ja, wo waren wir jetzt letztes Mal? Das weiß ich nicht mehr Ich habe es ja voll gerade vergessen, wo es hinging What the fuck? Ja, Level 3 Ah, hier Ich erinnere mich Hier Hier ging es drüber aus einem anderen Plateau Wo wir nun hin müssen Und weiter schauen müssen So Sau knapp Augendruck Ristek Hier sind wir Ristek Und hier gibt es einfach noch Instant Level, die wir finden müssen Die wir noch nicht gefunden haben Und ich glaube, alles zu sehen Was wir dem Expressen als nächstes auch mal machen werden Zumindest nicht planmäßig Als nächstes machen werden So Dann stürzen wir uns als nächstes einfach gleich mal rein Waren das jetzt hier? Nein, hier, hier war es Ich habe es gefunden Unglaublich, ne? Unglaublich Die Frage ist, wie Kaufbahn hier hoch Weil über den Weg definitiv nirrt Ah, ich weiß Ne, ich weiß nicht wie Da muss man nur außen rum gehen Habe ich so einen Eindruck Oder? Ich will hier zu diesem Swamp Aber kein Fall, wie es dahin geht Ne, da geht es Hün in die Kosovo Und es nix Das heißt Es geht doch wohl hier entlang Erzählt das, wenn ich einfach ein Swamp Dings mache Und ich komme dann Irgendwie mit der Hilfe vom Swamp hoch Ah, vielleicht nicht einfach springe Ich habe ne Idee Nein Ich glaube, ich würde es über den Weg funktionieren, ne? Hm Hoch So, Leute Bieter ist zu leer Ich tut gerne was im Set dran schreiben Ne, das Dann Das ist kein Oh, ist, äh, Discord Ich komme auf Discord So Hallo Ich wäre auf Discord Ah, jetzt hat es Servus Ja, jetzt habe ich auch endlich mal geschafft Ich darf meinen Discord Kopfhörer aufzuziehen Man glaubt es nicht Ja, gut Ja, ich weiß, das passiert früh So Ich dachte schon, das liegt mal an mir Dass mein Internet wieder abgeschmiert ist Ne, das lag Jetzt tatsächlich an mir So Ah ja Und hier ist jetzt glaube ich Bestimmt irgendwo das nächste Der Äh Gesaft Ah ja, hier ist der nächste Klotz Ich hoffe, das führt mich überhaupt zum nächsten Level Und nicht wieder zu irgendeinen ganz hohen anderen Level Ah ja, sehr, sehr Und was haben wir hier für eins Level 4 Ja, sehr schön Jetzt habe ich erst gesucht die ganze Zeit Du kannst auf Plus oder Minus drücken und dann kommst du zu einer, äh, Map, wo die dann alle angezeigt werden, ne? Ah, okay Das wusste ich doch nicht Ja, dann, danke Ich weiß nicht genau, ob das so ist Okay So, gleich mal Äh, ah gut Jetzt haben wir hier einen Roller von der AT bekommen Roller 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 mag ich eigentlich ganz gern Gibt's nicht Ne, doch bei Roller Ne, aber Danke mal Ist ein cooles Level Aber als So direkt Level mit dem Roller zu lösen Ich glaube, ist nur was anderes So ein bisschen Ah, das ist cool Das ist Melkwaffe Nee, aber so Aber ich fände Wenn du es, wenn es Steuermod macht Ebt man richtig mit allen Waffen auch umzugehen Vor dem Standardkampf Ja Vielleicht bist du ein schönes Eindruck Wir verkaufen auch Andere Waffen Aber ich will jetzt nicht spoilern, welche Hä? Ja, werde ich mal gespannt Gut, das ist nicht bei der Das beginnst du Ach Gott, das ging Millimeter daneben Die Treffze Aber ja So, komm Nein Die habe es volle Kanne in den Kosovo Vernichtet So Kommt Jetzt hat Hallo, was ist das? Einsammeln Ah, das ist so Oh, ich habe keine Tinte mehr So, ich habe meine Verstecken Ist eigentlich ganz gut Aber ich denke mal, ich sollte man Hoch hier So, und hier geht es weiter Fantastisch So, hier tun wir erstmal wieder Tinte Aufladen Denn Das ist sehr wichtig So Daniel Ach du Heilige So, was ist das? Ah, das ist sowas Was war das? Hilfe, Hilfe, Hilfe Was ist das für eine verdammte Scheiße? So So Verdammtes Heißer erledigt Sehr gut So Jetzt heißt es hier hochgehen Zack Boom, bang Sag mal Machen wir es anders Wir haben auch eine Bombe Es ist viel effektiver Ja Ja Jetzt machst du Jetzt machst du diese Bombenstimmung Ja Sehr gut So Bombenstimmung Hab ich so Wenn ich irgendwie die Einzige Der gerade Gefühl hat Dass die Stimmung ein bisschen im Keller ist Warte, fuck Wir kommen jetzt hier hoch Ich bringe hier Und zwinge den Roller Ah Ja, das macht Sinn Wieder was Neues Dazugelernt Ich muss erst mal Tinte aufladen Dann heißt es hoch hier So So Das heißt Äh, diese Krumm ist ein fieser Die wird es anfangen zu rennen Die macht ihnen irgendwie ein bisschen Angst Ha Ja gut So So Wieso Nöööö Und hoch hier Ah, hier ist Checkpoint So Aber hier machen wir erst mal kaputt Und sammeln Sachen ein So wie das hier Können wir jetzt hier auch gehen Halt die Ähnste Oh Gott Was haben wir hier für böse Fiese Ja Ja, wie hast du das geschafft Ach du Scheiße Wie soll ich so was kaputt machen hier Mit meinem Glücksroller Das stimmt Aber wenn man irgendwie nur ein Glücksroller hat Ja So Hier geht's weiter Erstmal halt ich da mit München So Und Ja Checkpoint Es ist ja Nicht ganz so schwer Checkpoint Bang Oh Gott Jetzt kommen die andere farbige Dinger runter Nein, nein Sind wieder Checkpoint erreicht Halleluja Gibt's Was war das Geil Digga gibt's ja vorläufig die Checkpoint So Kaputt machen Kaputt mal Kaputt machen Und hoch hier Einsammeln So Erst tu mal ganz kurz Ich hab' ich komm' mal weg Weil das sind mal so Ich hab' ich mir das nicht so schön machen So Hier Unten noch Farbe verteilen Sehr schön So Die Punkte Dinger Bumse Gedunst Jetzt will ich gerne einsammeln Ach du Scheiße Es drückt Nein Run Ach du Scheiße Ey Was ist das? Was ist das? Nein 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 Du bist ein Checkpoint Ach Alter war das Knapp Knappesache Hm das war Das wird wohl ne Falle Was Ja du Scheiße Davor habe es Was mache ich jetzt hier von der Scheiße Gott bin ich dumm Ja Und Die sagt sie noch Und ich Bin ich irgendwie Inkompetenz Ja Vom Begriff Oder allem So Hi Bin wieder da Hier auf Discord Nicht immer sagen Kai ist wieder da Weil ich immer schon mal weg war Ach Gott Alter Scheiße 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 Was So ein Henker Ist hier Mann Das ist so ein Typ der Blähung Hat so ungefähr Was Alles klar Ja das sind So weg mit dir Weg mit dir Du hast Blähung Also geh weg So Keine Ahnung was So Letzter Hackpoint Halleluja Achso ich dachte Ich werde gerade Hilfe War das Knapp So Hoch hier Gott So Ich wundersrei Übrigens gerade Und er tut Sein Ohren weh Und hoch Na ja gut Da kommt wieder Dieses heiße hier Mann Könnt ihr mit ihren Blähungen Nichts mehr aufhören Hilfe Gott sind das jetzt viele Das ist ja Slim Ja wie war mal Ahaha Da ist das Heel Keine Jahu Gut Das war das Der So Krampf Nice Jetzt haben wir das Level beendet So Octo Spicer Fire Lass mich mal in dein Waffen Logbuch Hauen Sehr gut Mit den Daten Lässt es was anfangen Ich bin sicher Du wirst mir noch mehr Interessante Daten Zu dieser Waffe liefern Je mehr Daten ich bekomme Je schneller landet sie In meinem Angebot Viel Erfolg weiterhin Äh Ja Roller ist doch Ganz gut Du kannst die Waffe Mit etwas Anzuvium Und Fisseiern An der Kalamansen Kiste Verbessern Ja das wissen wir schon So Mit X kannst du Box mit dem roten Deckel Die da steht Wenn man direkt am Spawn ist Genau Ich hab den Wissen auch gefunden Ah hier kann man Tatsächlich sehen Ah hier kann man Tatsächlich so die Level Sehen die man Zu mir arbeitet hat Und die die einem Noch fehlen Ja Aber die die einem Noch fehlen Werden nicht verraten Wo sie sind Das heißt wir können Jetzt das nächste Level 5 suchen Und hoffen Dass wir es finden So Kann ich dann Das Level 9 Random Da oben Ich siehe jetzt Bestimmt irgendwo was Ich hab irgendwie so Es ist so ein Gefühl Dafür Dass hier ein Level ist Und Ja das stimmt Die Frage ist Wie kommt man hier hin Komm ich hier hoch Nicht ne Hui ne ich komm hier nicht hoch War klar Oder Hui ne ich komm hier nicht hoch Ich muss hier Irgendwie anders Ah ich weiß wie I get it I get it Ach scheiße Dummheit So Jetzt heißt weit Sprung machen Ui Warte Ich bin dumm Ernsthaft Was hörte ich gerade Von der Aktion Ach Gott Oder Es hab ich Einfach um Ein Millimeter Nicht hier hoch So kommen Ich hab's nicht Ja jetzt Ja Ich hab's gesagt Also ob hier oben Einfach mal nix ist Das ist nicht Der Ernst Oder Verdammte Scheiße Hier ist nix Nicht wirklich Oder Okay Rückzug Aber An sich ist gar nicht Mal das lässt Dass wir oben sind Weil das heißt Es uns Dieses hier Auch wurden Katapultiert Ui Was haben wir hier Von Level Level 8 Ja Gut Level 8 Okay Ist eigentlich Egal in welcher Reihen Vollgemann Die Reihenfolge An sich ist egal Das stimmt Die Frage ist nur Ob ich mir Level 8 Zutraue Ich mein Ich hab's In Level 7 Level Also Ich hab Level 4 Ich hab Level 7 Gut In der Weise Hab ich Level 6 Laut dem Ding Noch nix Und Level 8 9 Irgendwie auch noch Nix Macht Keinen Sinn Ich hab's Ich hab's Level 8 Auf geht's In ich heiße Schlimmer als Herr Kacken Können wir nicht So Versteht man ist Eigentlich ein Stream Ich hab keine Ahnung Ich hab Keine Ahnung Servus Kuri Du kannst übrigens Das Discord Doch kommen All Kuri Du kannst Wenn du willst Discord kommen Oder wer auch immer Weil Ja Ich jetzt den Livestream Server Trotzdem Angehalten Hab Auch wenn Die Servern Eigentlich aus sind So Was ist das So Und Sorry Für Das komische Was Gerade Da Kein Peil Was Es War So Übrigens Ähm So Hi Fabian Eins Und Mich Deschreibt Ich bin In Discord Aber Du Hast Mich Komplett Gemüt Habe Ich Das 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 Sag Dann Aber Nur Sorry Das Ich hab Ich Nicht Beabsichtigt Gemüt Das Sagt Daran Es Ist In Server Paar Umstellung Gemüt Hab Ich Hatte Das Wieder So Ja Jetzt Und Mein Rang Hab Ich Immer Noch Nicht Wieder Arschloch Ich Stelle Und Bis dahin Keiner In Irgendwes Händel Rein Soll Deshalb Hat Keiner Anrang Und Kann Auch Nichts Händel So Gut Da So Ich Die Flüchtige Palette Dazu Holen Sie Ein Wenig Ahnung Mit Den Schellen Haben Ich Und Das Mich Regeln Lassen So So Kommt Das Beta Discord Ja Macht Nix Ich Stream Jetzt Wissens Nicht Tun Weil Ich Muss Paar Folgen Aufnehmen Zu Den Nein Kuri Kommt Wider Tun So Nein Nein Jetzt Wissens Weg So Wie Sagt Fabian Ein Servus Wie Geht Wie Steht So Das Klingt Aber Ich Bin Immer Noch Ein Bisschen Erkältet Aber So Eindruck Ich Höre Mal Das Nicht Schlimmer Wird Bisschen Scheiße Vor Games Komm So Weil Die Games Kommt Ich Trete Dich Da Nicht Schwer Hier Du Ich Gehe Auf Die Games Komm Das Mach Definitiv Also Games Kommt Das Mach Es Auch Wenn Ich Tod Krank Sein So Ungefähr Da Gehe Ich Jetzt Hins So Er Kugel Schreibt A Foxy Wenn Du Beleidigst Kriegst Du Auch Noch Deinen Rang Nicht Wieder Aha Ja Ich Hab Nur Vorher Ich Warte Fack War Das Knab Warte Fack Nein Doch So Auf Die Lose So Hier Müssen Wir Jetzt Ach Gott Hier Ist Schon Direkt Zeiße Vorprogramm Alter Nein Weil Nimm Ich Jetzt Verassen Hallo Nein Ich Bin Aggressiv Weil Dieses Heiße Hier Mich Umbringen Möchte Mach Sitz A A A A A A Den Geschraub Meine Ohren Penetriert Dankeschön Gut So Das Level 8 Ist Einfach So Krass Für Mich Habe So Eindruck So Ich Freue Mich Darauf Wenn Wir Denk Ich Boxen Ja Danke Ich Denk Boxen Ja Cool Ich Nein Kannst Du Nächster Das Hier Ist Auch Kein So Ob Wie Du Mich Abgefuckt Hast Doch Quer Nicht Das Ist Deine Gericht Strafe Dafür Ja Das Bist Fressen Wir Normal So Dann Lernst Provozieren Niemals Papa Alles Klar Sterb Hallo Hallo Hi Gestrandeter Typ Auf Discord Alter Bist Nicht In der Lage Darüber Zulaufen Was Was Bin ich Seiner Meinung Nach Nicht In der Lage Du bist Keiner An der Stelle Gewesen Über Diese Komische Was Da Ich Irgendwas Trollen Was Geht In Menschen Mit Dem Von Youtube Warte Mal Was 1 40 Das Ist Werbung Werbung Entfernen Wie Den Nach Ist Einfach Mal Und Wenn Du No Mal So Was Dann Wirst Du Gebannt So Erstmal Den Inhalt Von Weibaum Ansammelt Und Jetzt Sind Leider Und Träumen Weil Es Mal Geht Und Aber Wirst Trollen Auf Weibaum Boss 45 Sagt Weibaum Ich muss Bis Hier Kurz Verdammt Das Heiße Alter Alter Das Ist Heiße Jetzt Hat Mal Und Da Gut Und Traum Bevor Die Was Vorliegt Die Darüber Danke Ach Das Heiße So Nicht Gemacht Wer hat Langeweile Nein Kugel Was Jetzt So Ich Hab Gelesen Dachte Alles Dachte Wollts Andern Spiel Und Habe Man Setzt Angemacht Und Der Zaube Ist Ja Meine Wir Haben Keine Rechte Zurzeit Über Nötige Machen An Sie Geben Weil Ich Ich Habe Die Reste Genommen Weil Ich Hör Bischen Umbau Zeit Deshalb Keine Ahnung Problem Kuris System Um Bisschen Umbauen Und Bauen Ich Vielleicht Das Falze Worte Fuck Aber Nicht Werte Fals Wört Haben Ein Bisschen Eindruck Warum Sehen Man Man Im Stream Das Dann So Komisch Aus Manchmal So Das Einfach Alles In Caps Geschrieben Wird Lücken Hat Ja Das Ist Das Ist Ein Bisschen Stream Programm Was Da Irgendwie Graten Back Hatt Den Eindruck Wie Kann Ich Angeguckt Hast Hock Ich Spiel In Dein Schrank Und Beobachten Ja Das War Man Keine Ahnung Was Es War Ich Habe Gar Nix Ich Hab Es Angegnügen Affe Damit Affe Ist Passt Zu Dir Ja Danke Ich Was Bombe 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 Nein Ich wurde Gefallen Was ist denn Heute los Mit Du Komisch Rum Hast Du Fieber Was Videos So Komisch Rum Ja Ich Bin Gerade Irgendwie Bisschen Dort Drauf Das Ist Alles Alter Ich Hab kein Bier Gesoffen Ich Trinke Nicht Hallo Hallo Kind Kind Nicht Mal Alt Genug Um Trinken Also Das Muss Nix Heißen Wenn ich Hier Anhalten Wurde Hahahaha Hahahaha Da ist Wieder Mit Der Der Wacht Ist Schon Bisschen Deftig Und SGA Letzte Sack Point Sehr Schuhen Du Brauchst Keine Angst Zu Cool Du Musst Erst Dich Gott Kommen Das Ist Dann So Lustig Wenn Ihr Hörst Dann Wieder Anfängen Kommen Das Treiben Hoch Da Dann Geht Musst Du Einfach Einfach Nicht Machen Ich bin Dumm Wer ist Neuer Bomben Zu Werfen Dann Nicht Alles Freundschaftlichste Bomben Machen Alles Gut Und Ich Vergesse Es Einfach Immer Dass Dich Schaffen Ich Dachte 10 Stunden Was Wie Die Bombe Einfach Nichts Genutzt Hat Nee Das Ist Ätzend Wie Kommt Bei Da Vorbeilebend Deine Fans Du Kannst Dich Am Arsch Lecken Alter Ich Also Erst Mal Ich Kann Meine Fans Nicht Enttäuschen Lachen Das Nein Was Ist Das Von Scheiße So Wie Du Was Heute Bin ich Mal Nicht Gemahe Heute Bist Du Man Der Zug Nerdig So Aber Was In Gottes Was Zum Teufel War Das Jetzt Das Bombe Des Todes Wie Wirst Du Da Das Wie Mal Wieder Sein Fläschchen Hier Nein Deswegen Bin ich Heute Mal Netzt Zu Gamer Coach Das Spiel Ist Schon Gemein Genug Zu I Nein Ich Bin Dumm Ich Dumm Ich Bin Dumm Scheiße Ich Wollte Netzt Sein Ah Ich 火 Ich Sch Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020